Hallo, ich präsentiere euch heute den Elan SCX. Der SCX ist ein hochsportlicher Ski für alle, die Top-Geschwindigkeiten auf festen Pisten fahren wollen, aber auch eine hohe Leichtgängigkeit im Gegenüber zum reinen Racecarver, zum Giant Slalom Ski haben möchten. Er ist doppeltitanal begurtet und dadurch eben topstabil, auch auf der Kante bei hohen Geschwindigkeiten, hat eine sportliche Bindung von Elan drauf, wird bei Tirolia produziert, ist Gripwalk ausgestattet und einfach fantastisch leichtgängig und trotzdem super stabil. Hammerski für hohe Geschwindigkeiten.